Hä? Der war komplett zerstört halt in dem Moment. Ne, jetzt meine ich, jetzt. Jetzt hier, mitten im Pulg. So, Sprit. Raus. Windschild raus. Reifen rein. So! Wir haben ja noch tanken müssen. Noch tanken? Noch tanken. Gar nichts. Reicht. Das heißt locker. Er muss locker reißen. Hör mal, hier ist ein Gasgepfer dran. Was? Ach, schade. Schade. Hätte ich genutzt. Hätte ich eiskalt genutzt? Ich bin geil hier mit Oculus. Hätte ich eiskalt genutzt. Hätte ich eiskalt genutzt, ey. Oculus ist schon geil. Im nächsten zwei Jahre weiter noch. Jetzt haben wir noch 10 Millionen Leute Boxengas in Stahlstrafe. Ja. Sieht ja aussehen, splitzt zwar wie ein... ...besserter Käse hier. Ach Gott, ich hab Angst. Was? Was? Was ich jetzt so Angst hab jetzt hier? Ich hab ein Panket hinter mir. Ich hab ein Panket hinter mir. Haben wir jetzt kein Pankes Auto? Ich hab jetzt kein Pankes Auto. Ich hab jetzt kein Pankes Auto. Vorhin. Super. Hey... Tiefling... Green. 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 Oben Mitte 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 Können Sie mit einmal eine Kürze von ohne einen vertrinken Kürze zu bauen? Die Dreckskarte ist schon wieder krumpft Noch der andere Slowdown Die Dreckskarte ist schon wieder krumpft Die Dreckskarte ist schon wieder krumpft Die Dreckskarte ist jetzt 0.5 Die Dreckskarte ist schon wieder krumpft Die Dreckskarte ist schon wieder krumpft All right, Fabian, stay close. Wait for him to make a mistake. That's what I'm talking about. Get after it. Eight. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 2.18.89 That was 2.19 and 2.4, sectors 1 and 2 are quick, sector 3 is 0.47, off the base. Come on, find a way around, we're losing time. Come on, find a way around, we're losing time. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Gap in front ist jetzt 1.9 Sekunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Gap in front ist 1.9 Sekunden. Die Gap in front ist 1.9 Sekunden. Die Gap in front ist 1.9 Sekunden. He's faster than you into Stavlo. He's faster than you do. 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 Oh. Look out for the pitch speed limit. Okay, Fabian, keep piling on the pressure, he'll make a mistake. The gap in front is now. Oh, thanks. So dumb action, ey. Der ist einfach hoch, ey. Warum so? Man denkt mit nachher, Junge, man muss es angreifen, weißt du? Ah, das ist so doof in dem, ey. Okay. 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 The guy ahead has just done a 219.15. That's good consistency, keep it up. Okay. 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 I'm next. Right side. Right side. Still there. It's all clear, my man. Left side. Still left side. You're clear. To be continued. Keep searching, you'll find a gap. The gap at your front is now 0.30. P6, sectors 1 and 3 are looking quick. Sector 2 is 2.6 seconds off the pace. Sector 2 is probably 1.000 seconds off the pace. Sector 2 is the end of the pace. Sector 3 is the end of the pace. Ich sehe jetzt kommt der Pumpkin die sich aus dem Malko ab, so wie der fährt, ey Mann, oh Mann, oh Mann, der Malko. Okay, find ich, find ich dann. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Find the gap Leader's put in now Leader's put in now Achtung und an Eure cleaner die Oh ja, hab ich keine Angst da Da gibt es andere Kandidaten B5, das war ein 219.28 Das war ein 219.91 219.91 219.91 219.91 219.91 319.91 319.91 319.91 319.91 419.91 419.91 419.91 419.91 319.92 419.91 419.82 519.91 519.91 519.91 419.91 Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 «ZDF, 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 2020 hallo hat den reifen durchstellt was haben wir es los von euch geht nichts mehr das war es ja 217 geht nur noch ums überleben mit der unten ist noch drei runden nicht aussieht ich muss nur noch überleben aber der ist sehr fair ich kann auch keine ins mehr sagen ich habe schon 25 ich habe 21 ich habe 15 aber nütze mir jetzt auch nichts mehr die Gap behind is now 1.9 seconds also die Saat von Nürnberg hat doch noch geklappt ich habe mich eben noch bei ihm entschuldigt ja gut ich gebe ihm eine Durchfahrtsstrafe da ist ja wohl das Mindeste dass man sich entschuldigt das ist einfach Dämlichkeit durch Frühstart ich bin bei Rot gestartet rote Lampe ging an den Wunderfeuer los der ist dann vor mir so noch zwei ja ich habe noch für drei für vier runden Sprit ah ja ja habe ich viel Sprit für den genommen war nur nur 106 Liter ich habe voll gepunkt und habe jetzt noch eine Runde mehr übrig jetzt habe ich doch 26 sieh ok Fabian die Gainer-Land und der Mann in den данnenden der Gap ist 2.5 g nam 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020